Ok Das ist immer dein bestes Spiel Wenn es gleich los geht, bleiben alle stehen NICHT! Muckrads Brudermann ADHC Haku Muckrads Brudermann Ja ADHC Uh, die Muckrads ist aufgeregt Los, mein Card geht leer Mir ist es scheißegal Kleine, hallo Küche, Alter In Kür, Alter Was los? Wie lange brauchst du, Alter? Ja, aber jetzt ehrlich mal Das scheiß auf Gewinn, Alter Ich war als letzte los Ich will mir nicht ansehen, wie die alle unten in der Grundform gehen Peter fehlt halt noch Ich geh mal tanken Alter Was macht Peter denn? Mein Card ist kaputt, du Arsch In Ernst? Ja! Ja Was kann ich denn, bevor du mich reinpackst? Ja, dann darf ich ja auch noch mal Dann musst du wieder zurückfahren Trinkeln und raufen Alter, Alter Ich hab doch nur kurz Sachen gekauft, die sind doch da Hey Muckrads Erster, korrekt Oh, falsche Richtung Wo du lang fährst Wo du lang fährst Anstatt du einfach hier rüber über die Cardbahn fährst Rechne ich weggefahren Ey Muckrads Ne, ich bin doch da Ich wette mit euch, ich komm jetzt da angeschossen, Alter und lass dein Herz weg, Alter Nein Also, wird jetzt noch geraucht, oder? Nein Hör auf mit rauchen Rauchen ist weg Ey, doch, Mann Ey Was, was Thorsten sagt, das Card hat ne Handbremse Ja, beim Stehen hat's eine, aber fahr mal Guck mal Gas und drück mal die Handbremse Es bleibt nicht stehen Was das? Wie er da sofort zocken losfährt Guck, Null Alter Sieht so dumm aus, ey Pech hab jetzt nur, wenn er damit Sportdipo kommt Ich will wieder auf den Weg zurück Komme Ich glaub Gott, wir werden gleich alle sterben Tschüsse Oh, oh Oh, wo ist Muckrads? Wo ist Muckrads? Es, 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 es Hey, wo ist hier los, ey? Wo ist der, wo ist der? Ey, Muckrads Muckrads, Muckrads Muckrads, hast du deine Bomben dabei? Nein, Muckrads Also, hat jemand ne Aufnahme gestartet? Ach, Mann Ja, ich hab Ich kann nicht auf dem Aufnahme auch immer Egal, jetzt, so, Pferd sagt 3, 2, 1, los 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 Go, 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 go Lass Das ist Strider, bittes Das ist Strider Das ist Strider Das ist Strider Das ist Strider Nein, nein, nicht auf Drücken Oh, mein Wer schießt nicht auf, wenn ich mich Loll, Loll 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 Oh, ihr seid Penner, ich lieg auf, da und Ich lieg auf, da und Ich lieg auf, da und Alter Wer ist denn der Erste? Richtig Oh, den schreibt man den einen, der Der Zweite Peter Oh, mein Quad, äh, mein Card denkt gar nicht mehr richtig an Mein Card ist kaputt Ich sag da fast als letztes los Alter Der liegt am Kopf, Alter Guck mal, wie meins da steht Ey, Alter Leute, kurze Info, ihr müsst zwischentanken Was ist denn mit dem Ding kaputt? Steig mal rein, Alter Steig mal rein Guck mal, guck mal, mein Kopf, wie der sich bewegt Jetzt im Ernst, die, die fahren, ihr müsst auf jeden Fall mindestens zweimal zwischentanken Ich hab meinen Kopf an, Alter, guckst dir an Guckst dir an, Alter, guckst dir an Guckst dir an, Alter, guck mal, dann werden wir weiter Mein Bildschirm vorher gerotzt, Alter Loll 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 Loll, mein Card Ne, der Beschlag, ey, der, 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 der ADAC beschlagnahmt einfach die Karten gerade, Alter Äh Boah, schreibt den an, schreibt den an, schreibt den an Ich hab den Schein gesprungen, dass er mich reparieren soll Äh, im Quad liegen überall ins Kopf für 5 Millionen, Alter Ja, sag ihm das, Alter, wenn der nicht weg ist, ne Die kann stehen, die nicht fahren, schreibt den an Was, der fällt wieder weg? Ich brauch Hilfe, du Fotze Der hat nur die Autos beschlagnahmt Ach, ich stehe doch noch hier Im, das Auto hat er beschlagnahmt Ich renne doch, ich renne grad hier, ich renne grad hier Ach, entspannte Fahnen hier vorne, wach Ihr seid so behindert, ey Also wir müsstet nochmal machen anscheinend, ne Ey, du Penner Schaltet euch ruhig aus, Alter Scheiße, ich brauch ein Repair-Kit, mein Card ist da, ich will mitfahren Ich auch Ich bin nochmal aufm Kopf Wer hat, wer entfernt denn jetzt überhaupt noch? Ich bin mega Abstand zu Hause Aber ich bin Erster Ey, mein größer ist super Erster, willkommen und dann von euch starten Ja, lass mal zurück Was? Warte, umdrehen Warum denn... Wow Was war das? Die checken, dass sich das hier auch gehalten habe, ist denn da oben oder so? Wieso fahren wir denn jetzt? Ja, weil die Noobs sich weggecashed haben, oder? Ey, mir ist einer jetzt weggefahren Der hat Pech gehabt, mein Gott Da hab ich überschlagen, mein Card funktioniert doch einmal in zwei Das Gute ist, man kann bei 100 einfach die D-Taste gedrückt halten und der macht einfach 180 Grad wenden Ja, aber wir müssen jetzt zwischentanken, ne? Super ja, ungefähr Ja, ich schläg immer noch aufm Kopf und mein Motor läuft immer frei zu ziehen Ja, du kannst doch einfach aufsteigen und das Ding klippen Ne, bin ich ja nicht Wir haben das mal von Sophia rausgemacht und einer hat verhessen zwischenzutanken, der ist einfach hier auf der geraden Strecke liegen geblieben mit dem leeren Tank Ja, das Auto war einfach offen, der Jeep, ne? Was ist denn? Was ist denn Jeep, der ist hier? Ja, da ist wo die ganze Klamotten drin sind, der war einfach offen Ja, das soll ja einer zumachen, der sitzt daran direkt, das ist unverständlich Hey, die Mutter hat sich immer für den Geld dabei, ich kann sie eh nicht benutzen Ja, dann gib mir mal, dann bitte, dann kann ich mal auf Ah, ja, pssch! Ja, du sollst Spaß, alter Kannst du nicht, hier mach mal ganz, mach mal ganz da Ich mach meins ganz Ich kann nix ganz machen, ich hab keine Windows-Taste gerade Achso, ja, ich kann das aber nicht aufhören, weil ich keinen Rucksack anhabe, oder? Ja Mach mal Ego-Perspektive, das ist richtig Ja, ich geh mir erst mal neues Geld holen und mein drittes Card kaufen Sieht ein bisschen aus wie ein Mario-Card aus Warte, ich hab noch 20.000 von dir Ich zieh jetzt erst mal wieder einen Rucksack an Kaufte mir auch einer irgendwie eine Repair-Kit mal mit Ich bekomme, wenn du einen Rucksack hast, kannst du meins haben Ja, ich hol jetzt mal einen Rucksack Ich hab keinen Rucksack, aber kannst du meins, kannst du es auch so aufheben, oder geht das nicht? Nee, nur mit Rucksack Kannst du es trotzdem reparieren? Nee, ich hab keine Windows-Taste, die funktioniert bei mir nicht Achso, ja, gib mal einen Rucksack, gib kurz deinen Rucksack her Wo kommt ihr denn her? Ja Meine heilige Scheiße Jo Danke Mein Kart ist kaputt, laden Das ist ein Spaten Ah, der CSR schreibt dreimal, er kommt und jetzt kommt er ja auch nicht Warum hast du nur mein Kart hingeparkt eigentlich? Du bist ein Penner, jetzt muss ich mir echt schon wieder ein neues kaufen Das steht ganz hinten im Schiff Okay, wir fahren aber ohne Rücken jetzt Wollen wir das kannst du vorwärts nicht mehr fahren? Ja, ich hab auch schon kaputtes Flüstergeld Flüstergeld Boah, ein neues Kart Warte, jetzt ist einfach am Reparieren Ich kann nicht aufmachen Scheiße, ich hab kein Kit mehr Ja, egal Dann fahr los Verhalten den Rucksack jetzt mal, ne? Schreib den ADAC an, der ist ja gerade vorbeigefahren Ja, der kam ja gerade bei mir und so Ja, einer ist so unterwegs Gut, äh, also repariert den noch und kauft neue Ich brauch unbedingt nur eine Repar-Kit Meine Karte ist kaputt Ja, schreib den ADAC an Der kommt ja nicht Der kommt ja nicht Wir haben sich ja schon angeschrieben, der kommt nicht Der kommt ja nicht Weil der doof ist Weil der behindert im Kopf ist Der behindert? Weil, da ist mal der Ratira Reinkauft nur Hey, du Kれたcher Ach ja, stimmt Ich kaufe mal Repar-Kit der Tira Dinric O, o o!! Oh mein Gott Ja, einfach, je 못 kann Jawohl Oh, das ist ja der Fett. Die Mugrad hat die Umfrage gebaut mit die Karte. Kannst du mal wieder das machen, Bruder? Alter, er meint, das hat ein 3. Nein, hör auf 3 zu haben. Hör auf 3 zu haben. Jo, da hab ich schon gesagt. Ich bin die Mugrad. Ich hab die Umfrage gebaut mit die Karte. Wo hab ich denn die Umfrage gebaut mit die Karte? Wo hab ich denn die Umfrage gebaut mit die Karte? Würde ich die hin? Gibst du mir was Geld, Maxim? Ich steh neben dir. Oh, die ist schon ganz. Und die ist schon ganz. Hat der eine ganz. Ja, ich bin Mechaniker. Und das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin gerade den ganzen Weg aus Kavala gekommen. Ja, guckst du, guckst du ist noch Karte kaputt. Hier sind noch Karte kaputt. Eine Ahnung. Das ist kaputt, da ist kaputt. Ja, hier, wo das Bolo nicht steht, da ist kaputt. Gibt mir mal das Geld, ich muss nur ein neues Karte los. Das hier ist kaputt. Ja, okay, ich mach mal einen Moment. Ich fahr jetzt einfach in eure Masse rein, Alter. Das ist wohl nicht, ja. Bei den kleinen Karten, da geht das immer so schnell. Geh weg, Alter. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und weiter. Also du kannst ja, wenn du mit der ABRC kannst du uns in der Farbe. Hat sie vielleicht noch ein Toolkit? Und also... Klar. Könnt ihr schon mal fünf Kilometer vorfahren? Oh, das ist ne, danke. Oh, jetzt hab ich dir's weggenommen. Weiß ich nicht. Moment, ich guck noch. Ja, hast du? Das ist auch kaputt, glaube ich. Ähm, kannst du? Ja, wegen gelbem Reif. Der blaue ist auf jeden Fall ein. Ach ne, repariere schon, dann können wir das teilen. Ja, hier sieht die Windschale so kaputt aus. Ich frag mal ne neue drauf. Ist ein bisschen morsch. Nicht, dass die ihn unter den Arsch wegbricht. Fragt ihm alleine, ob uns vielleicht ein paar der Kipper Repair Kids mitgeben können. Ja, sag dem das mal. Ich hab dich da. Wer steht denn da auf der Straße? Entschuldigung, noch ne Frage. Ja, weiter. Ach du, da kommt der Dimm hoch. Alter, ey, bis sind die Ramte fast weg. Ja, das ist schlecht. Schade. Na ja, ein Repair Kick, das uns fehlt quasi für immer. Geht's einer auch nicht gleich. Ach so, wegen größer Repair. Ja, leider. So, ansonsten, was wir auch machen können. Wir können sich auch ein Gerät hinter mein Fahrzeug stellen. Und dann, äh, ja, kommt alles Werkzeug, was wir brauchen. Mit einem Satz ihr Fahrzeug schwutz die Buch reparieren. Ach wunderbar. Ja, das ist auch noch fast. Ja, wie ihr sagt, falls, falls mal irgendwas kaputt geht auf der Tour, äh... Melma uns bei ihnen. Wo wollen wir denn hin? Äh... Sie sind doch von Carval, oder? Das ist richtig. Dienststelle, ne? Ja, genau, das ist unser Ziel. Ich muss halt dagegen fahren. Hm, okay, ich verstehe. Ähm... Jemanden Tempestransporter kaufen für 200 Karol. Drauf, mach den ADC-Karren. Ich hoffe, das gibt's nicht Ehren. Wir haben oft da hinzufahren, ne? Äh... Ja. Ja, sicher doch. Die Muckra Thermalsicht. Die Muckra Thermalsicht. Die Muckra Thermalsicht. Wie steht denn K? Also, sein Kopf bleibt einfach so ganz steif und der Rest fährt einfach um die Ecke, Alter. Sieht so dumm aus, jetzt kommt ein Ifrit, glaub ich, wieder. Ist das der Ifrit? Hm... Wir fahren übrigens ohne Nightwishen. Wer Nightwishen anhat, ist disqualifiziert. Alter, stopp, Alter. Ist doch scheiße. Das geht nicht, Alter, ohne. Oh, ohne, hast du nicht Licht? Ne, hast du nicht? Du hast kein Licht, nix, gar nix. Du hast gar nix, das ist ja das Geile. Hat der jetzt ohne einer Nightwishen an? Ja, aber ich nehm sie nicht. Die Muckra fährt mit die Nightwishen. Uuuuuh. Nein, aber ohne Nightwishen kannst du grad nicht fahren. Bei einer Sportnimo, okay. Also, warte jetzt, mit ohne Nightwishen? Penis. Mit. Okay. Ohne ist vielleicht witziger, oder? Ohne kommst du aber doch keinen Meter, weil... Jungs, ich mach mich mit. Wenn's gleich um, keine Ahnung, 8 Uhr komplett dunkel ist. Ja, gut. Blick los! Oh Gott, das ist ja schon... Oh Gott, das ist ja schon... Los, da kommt ein Auto! Ja. Oh oh! Das ist mir scheißegal, ich bleib stehen! Ja, ich glaub auch stehen. Los! Ich weiß wie weit er flieht! Alter wie weit er flieht! Alter wie weit er flieht... Alter wie weit er flieht! Wer ist denn gestorben? Wer ist denn gestorben? Der sieht doch eigentlich noch ganz gut aus. Das Kart liegt 200 Meter in einem teuer Auto. Einfach durchs Auto kommt ganz wie so ein Senkrecht her. Ja, ich hole eine kurze Flasche. Hab ich gar nicht gesehen. Ich hab sie nicht gesehen, hoffentlich. Ey, das kommt vielleicht wieder, Alter. Schaffen wir das echt mal loszufahren? Ja, ich weiß nicht, wo sie jetzt alle sind. Mein Kart ist gerade 500 Meter durch die Luft los. Und ich hole mir gerade einen Medi-Kit, weil ich nur noch 76 live habe. Ist doch egal, ich hab auch noch 85. Ja, aber ich kann mich auf 80 heilen. Jetzt habe ich 4 HP. Oh Gott, Alter. Geile Sache, Alter. Hat der nicht auf Video? Ne, leider nicht. Leider nicht. Ketchup hat auch Video laufen, oder? Jo, ja. Hast du das auch drauf? Jo, ein bisschen, ja. Wie er dich halt wegschleitet. Ich bin gerade gefangen, ja. Kein Bulle. Das ist der ARC-Typ. Er zieht doch alles gerade durch. Ich hab dich voll mitgenommen. Hallo? Ja? 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 Ist das meins? In Kalmark hat der Film von zuhause überwiesen. Ah, wunderbar, wunderbar. Er gibt mir 44.000. Wir müssen jetzt mal zuhause. Ja, dieser ist mir leid, aber ich hab's den nicht gesehen auf der Straße. Ne, kein Problem von uns genauso, ne. Also, passt schon. Solang ihnen nix passiert ist. Oh, so auf Scheiß, er hat ihn zu machen mit dem Fatzenköppen. Uiuiui. Na dann. Ja, wir wollen doch mal anfangen, ne. Ihr Thorsten, wo bist du denn? Ja, dann komm, Jungs, lass mal los. Hm, okay, ja klar. Ja, dann wünsch ich noch. Viel Spaß, ne. Ich würd ja auch gerne mitkommen machen. Ich darf ja nicht. Oh, der Hackett. Wiedersehen. Wiedersehen. Pideli! Professor Seitenbach heißt er. Der tankt nicht auf der Foss. Der tankt nicht auf der Foss. Der tankt nicht auf der Foss oder was? So. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh Gott. Oh, ein Night Vision. Oh, ein Night Vision aus. Kommt. Michel, Michel Mugrat ist letzter. Scheiße. Wir sehen noch wie du das brauchst. Oh, 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 oh. Die Mugrat kommt näher. Die Mugrat, alter. Ich habe Angst nach hinten zu gucken, ich auch. Oh, ich auch, Alter. Das ging so richtig heul, das ist allah mal gewahr. Hey, da war das normal. Oh, oh, oh. Oh, je, wer war das denn? Du bist schon hier, das darfst du flügeln. Weil wir einfach nur... Hektar draußen. Nein, das... Ja, guck einfach sofort das trockene Zahnweste. Das ist so geil, Alter, Leute, immer wieder gerne hier. Oh Gott. Ey, jetzt überlege grad, wo gehe ich tanken, Alter? Oh, 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 ich muss ganz hin vorbei! Alter, hast du Windschatten genommen oder was? Was willst du denn tanken, Alter? Ja, du musst tanken, zu 100%. Also wenn du von so vier ausfährst, musst du mit nem Cut vier mal zwischentanken. Sonst bleibst du liegen, nur von trocknen. Lass ihn passen, nicht? Die Michael Muckrat hat schon Tankstop mit dem Team besprochen. Lässt die Slicks aufziehen. Alter, wie ziehst du so ab zu Krat, Alter? Ja, die Muckrat-Bruder kommt! Aber workbar! Ja, Thorsten, ich wollte mal sagen, easy win für uns, ne? Naja, Muckrat ist noch hinter euch, Michel Muckrat. Geht nichts auf? Michael Bumbo, Alter. Ach, du kriegst sonst nie ein Leben, Alter. Das Schlimme wird die Passage am Marktplatz, die Geschwindigkeitsbegrenzer und die Polizei-Kontrolle, wenn da einer ist. Ja, du kannst sagen, der. Nein, shit, man kann mit nem Krat unter die Schranke durchfahren. Also ich find das geht auch ohne Nightwish. Mit Straßenlicht? Mhm, total. Ja, also bei mir geht das recht. Wie sieht's aus? Bisschen Kupfer mitnehmen? Hab ich ja auch gerade, wenn ich kurz Kupfer einsammel. Bis die da sind, haben wir das Kart voll. Ich hab Angst, nach hinten zu gucken, wie nah der ist. Ich guck nach hinten. Oh Gott, er ist so nah. Egal, Todeskurve mit 100, geh durch, Alter. Look, ich geh die durch mit 100. Obwohl, ne, glaub nicht, Alter. Probier's aus. Und dann stellen wir alle BOOM, 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 BOOM. Das war geil, ich saute. Das ist ja perfekt. Ja, Mokrat! Wow! Mokrat, er war! Mokrat! Du hast meine Karten kaputt gemacht. Ich kann nicht reparieren, du bist ein blödes Arschloch. Ich hab noch einen drückete Pull. Wir machen zwei. Ja, ne, ich lebe noch, ich hab noch alles gemacht. Mokrat, er ist dort, gewinnt. Ich lauf. Oh, 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 oh! Pull, ich sei Kontrolle! Ja, ja, ja! Bye, bye! Ach, nö! Was ist denn los mit euch hier? Ja, Torsten fährt so irgendwann die Ideallinie fahren und Torsten setzt in dem Moment zurück, Alter. Und ich kack ihn voll mit 100 hinten rein. Oh, moine. Also eins hab ich, könnt euch drum fetzen. Ja, ich hab auch eins, aber ich kann nicht reparieren. Reparier mal mein Card. Soll ich zurückkommen? Ich kann's nicht aufnehmen, ist zu groß. Hä, was für Tanken, Alter? Wir sind jetzt so lange gefangen. Ich hab's aufgenommen. Ich hab keinen Rucksack. Hier schicken, reparier mal mein Card. Ich leg den Rucksack hin. Fährt noch einer? Fährt noch einer? Ja, ja, ich fahr noch. Ey, komm, ganz ehrlich, jetzt müssen wir nach Sofia dann rückwärts hoch, ne? Alter, hat der Mokrat einen Vorsprung. Ja, ist echt schon fast da, ne? Ja. Ich auch. Ich bin noch mit Mokrat anlärmend. Ach, ihr seid erst mal ein zweiter, bin ich drunter grad. Das Dessen war gezogen. Ich und Torsten hätten gewonnen, Alter, aber nein. Ganz easy. Ja, das ist überhaupt gar nicht wahr. Mokrat hat euch in den Todeskurven einfach mal versenkt, Mann. Ja, weil mein Card übersteuert hat. Ja, ja. Seid mal schuld, Einzelschicksal. Mokrat hat gewonnen. Egal, wir fahren dann vom ADAC-Dings los und Richtung Sofia, ne? Okay. Erstmal drücken. Noch mal danke für eure Hilfe heute. Wer ist ein Babu Jamal? Haben wir denen geholfen? Achso, der Stream-Typ von dem Dings. Scareboy. Achso, der Sandfuzzi. Und der Kopfhochfuzzi. Ja, dann reparierst du denn? Ich bin schon, Stufe 3. Hallo, warte mal! Tanken! Was ist das für Tanken, Alter? Nie mal eins. Ich bin letzter. Tankstopp! Stopping Go! Ey, Ausflug! Bleibst du hier? Ey, die Cheated hat nichts Tankstopp gemacht. Ja, Bootec. Hat die Mookrat kein Problem, kann Ideallinie fahren, kriegt die eh. Alter! Windshot it! Weißt du, ob sowas gibt hier bei ABBA. Windshot it! Oh! Du machst die Fahrfehler! Hab ich nie gesehen! Er war ein Hase, du Fats. Come on! Zieh! Zieh! Ich sitz immer noch da und reparieren, ne? Was ist ein Kavala drin, Alter? Los, schrei mal! Schrei mal! Nein! Du hast Cheated! Du hast nichts Tankstopp gemacht! Ich war doch kein Tankstopp! So, jetzt so. Ich hab noch über Helfer. Ich bin für noch ne Runde. Und jetzt Sportnummer wird ja auch geiler. Ja, Sportnummer wird noch geiler. Hab ich ja. Hab ich auch nicht, hab ich auch keinen Bock mehr zu kaufen. Die ist richtig geil schnell, das Mutter ist echt Bock. Oh Gott, Polizeikontrolle bitte nicht, bitte nicht. Ist keiner da. Bin durchgehackt. Oh, die Schranken gehen runter. Echt? Oh fuck. LOL! Ich bin jetzt schon wieder. Chinken wurde geschüttet. Mich schütt'n Reifen. Ja, ich bin echt. So lange, Alter. Und jetzt durch Kavala rufen. Fahrer und da stehen Bullen rufen. Hallo, Akma! Ja, ich auch. Ich mach mit mir gerade, ne? Na super, Alter. Schabot, ging halt dort. Ja, ich bin dritter. Bringen wir nicht raus. Hallo, Akma! Kannst denn ADAC fragen, ob er's Beschlag nimmt? Och mann, wie hinde. Und die Muck hat gebraucht! Oh, 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 oh! Scheiße! Hey! Hallo, Akma! Hallo, Akma! Alle sind wieder anhalten! Nur 6 Kilometer dauert Oh! Timograd er ist da! Timograd geht weg! Timograd! Timograd geht weg! Timograd! Du bleibst dein Hurensohn! Vorsicht! Mugrad gewinnt! Mugrad gewinnt! Ja, Mugrad bitte Reperkatoren und mich abholen! Ich bin zweiter bis jetzt! Ja, okay, ich hol dich gleich für Milian, weil ich normale Sachen hol, ich bin auch schon gleich da! Oh, Mann, ey! Beut, die Barrikaden sind echt ne Herausforderung scheinbar, ne? Lass mal bei der Polizei Dingsbums starten, denn... Bei dem Haku oder was? Ne, ne, bei der Kontrolle, da wo ich... Leute, ich hätte fast Bullen angefahren! Der steht da selbst! Leute, auf mich wird geschossen! Da haben sie immer... Leute, ich wurde erschossen! Ich auch! Ne, wurde getasert! Ne, ich wurde getötet! Ne, ich wurde getötet! Na, diese Wichser, der mir voll entsp... Alter! Warum erschießt der mich? Ja geil, vielleicht hab ich doch noch ne Chance zu gewinnen! Also Dritter zu werden! Ja, weil die Bullen mich erschossen haben! Das ist live, scheiße! Ja! Ja!